Hi Leute, ich bin es Eyal Simon von Machbar. Heute das Thema über die Fatgrips. Wie nutze ich Fatgrips richtig und wer sollte sie verwenden? Zudem natürlich auch, was bringen die eigentlich? So, Fatgrips sind eigentlich ein optimales Trainingstool, was ich sehr gerne verwende, um die Griffkraft zu steigern. Wie ihr seht, die könnt ihr einfach auseinanderziehen und so über eine Langhantel drüber machen oder eine Kurzhantel. Dadurch wird der Durchmesser der Stange etwas dicker. Es gibt auch Langhanteln und Kurzhanteln, die einen fetteren Griff haben. Das ist teilweise sehr, sehr sinnvoll. Finde ich sehr gut. Hier die andere Alternative ist einfach so ein Fatgrip mit zu kaufen und fürs Training zu nutzen. Das könnt ihr wie gesagt an jede Stange mit ran machen. Vorteil ist, dass die Unterarme zum einen mehr arbeiten, aber auch die komplette Muskulatur, die normalerweise bei der Übung beansprucht wird, aktiver ist. Das bedeutet auch, dass ihr bei der Übung definitiv vom Gewicht etwas zurückgehen solltet, wenn ihr es mit den Fatgrips zum ersten Mal ausübt. Die ganz, ganz günstige Variante, wenn ihr keine Fatgrips kaufen wollt, zeige ich euch ganz kurz hier. Das ist auch eine Möglichkeit, indem ihr euch hier so eine Isolierung holt für Heizrohren. Viele kennen das, um in den Nacken reinzumachen, aber auch hier gibt es die Möglichkeit, das zum Pressen oder so zu nutzen. Würde ich jetzt hier unbedingt empfehlen, weil einfach die Sicherheit hier ein bisschen die Frage ist, wenn ich wirklich mit schwerem Gewicht trainiere, weil das relativ schnell rausrutschen könnte. Dementsprechend sieht es auch ein bisschen komisch aus, das wobei würde mich persönlich nicht stören. Aber ich denke, es ist ganz sinnvoll, wenn man wirklich da ein bisschen investiert in die Fatgrips. Und bisher habe ich es nicht bereut, auch die Leute hier merken wirklich, wie Übungen dadurch anders werden. Und daher würde ich das wirklich jedem empfehlen, der in seinem Studio trainiert, der Abwechslung braucht, der eine stärkere Griffkraft braucht, der aber auch mal sehen möchte, wie es ist, wenn zum Beispiel eine bestimmte Übung durch diesen Griff verändert wird. Also wirklich für jeden Athleten zu empfehlen, vor allem auch Sportarten, wo wir mehr mit der Griffkraft oder wie die Griffkraft ein entscheidender Faktor ist. Und ihr solltet das einfach mal ausprobieren und dann überlegen, ob das nicht sinnvoll ist, dass ihr sowas in euer Trainingsequipment mit hinzufügt. Ich sehe es als sehr sinnvoll an und von daher auf jeden Fall top. Wie gesagt, es gibt auch günstigere Alternativen, es gibt auch andere Hersteller, die nicht diese Marke hier haben. Fatgrips ist halt nun mal so wie Tempo die Marke. Das müsst ihr selber entscheiden, von welchem Hersteller ihr das kauft. It's on you. Und ansonsten im nächsten Video zeige ich euch meine top 5 Übungen, wo ich die Fatgrips sehr, sehr gerne anwende.